Dieser Film habe ich als Kind gesehen. Die Musik am Anfang war so faszinierend. Ich habe nicht gewusst, wer Bach ist. Ist Tarkovsky oder dieser Film schuld, wenn ich ein ganzes Leben lang Bach spiele und das sehr liebe? 15 Jahre, das war mein Start. Mein Kind geboren. Sophia war ein kleines Kind und ich habe nur eines gewusst. Ich muss leben. Sophia musste natürlich schlafen, da habe ich die Kinderwagen da gelassen und dann schnell meine Sachen zu erledigen. Mit Shostakovich war immer ein enormer Schwein zusammen. Aber bei Mosel hat es sehr, sehr gut geschlafen. Das alte Sarcophagus wurde für die Zukunft gegründet, um in diesem Ort eine ökologisch geschlossene Bereich zu erledigen. Tausende von Menschen haben versucht, Kiew zu verlassen. Wir sind geblieben und es war ein totes Stadt. Lea, Wind, Sohne und kein Mensch. Wenn du meine Eltern jetzt siehst, Papa wird mich nie in den Internat geben. Das war das Zukunftsleben, Alene. Internat, das ist eine Welt für sich. Man muss sehr stark sein, vielleicht. Und man hat nur geübt, 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 wegen der Angst, nicht gut zu spielen. Das war mein Leben. Und vielleicht die Entscheidung von meinen Eltern war richtig. Ich hatte diequency mit dich, einfach zu schrei. Ich habe letztlich den Aufdachbar schreiben wir in beliebt von den Namen ganzen Verteidinden zuimativenaren groß Amen. Das ist besser, was die Idee ist aber.